Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Jens Reime spricht mit uns über den Skandal um die betrügerischen Venture Plus Fonds. Er ist Fachanwalt für Versicherungsrecht und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Die V-Plus-Fonds hatten sich auf Geschäftsbeteiligungen im Zweitmarkt konzentriert. Ist das überhaupt ein seriöses Geschäftsmodell? Grundsätzlich ja, wenn es von den richtigen Leuten mit der entsprechenden Erfahrung betrieben wird und wenn man von den investierten Geldern der Anleger nicht allzu viel Provision abzweigt, um den eigentlichen Zweck seiner Geschäftstätigkeit zu erfüllen. Mehrere Gesellschaften der Gruppe werden derzeit liquidiert. Was ist denn die Folge jetzt für die Anleger? Diese Geschäftsmodelle der V-Plus-Fonds werden derzeit abgewickelt. Es war schon zuvor absehbar, dass hier Verluste erwirtschaftet wurden. Das heißt, von den eingezahlten Geldern der Anleger waren nur noch reell 10 bis 20 Prozent vorhanden. Jetzt ist natürlich bei den Ratenanlegern ein großes Problem aufgetaucht. Hier werden derzeit die restlichen Raten eingefordert und sollen in die Fondsgesellschaften eingezahlt werden. Es gibt dabei natürlich einen Konflikt zwischen denen, die nur einmal etwas einzahlen mussten und denen, die zum Beispiel 30.000 Euro in Raten abzahlen mussten. Wir haben hier schon sehr viele Lösungen erstreiten können für unsere Mandanten, sowohl außergerichtlich als auch und begleiten natürlich für unsere Mandanten und Ratenzahler diesen Vorgang recht kritisch. Über die Raten möchte ich gleich nochmal sprechen. Sie hatten eben gesagt, da sind jetzt vielleicht noch 10 bis 20 Prozent der Gelder da, beziehungsweise war V-Plus ein Betrugsmodell oder droht den Anlegern sogar Totalverlust? Ich glaube, ein bisschen Glück im Unglück haben die Anleger. Das ein oder andere Investment entpuppt sich doch als ertragreich, aber es muss mit erheblichen Verlusten gerechnet werden. Das steht schon mal fest und von Anfang an habe ich die Befürchtung, dass es nur darauf angelegt war, gewisse Personen im Hintergrund zu bereichern. Es ist eine Anklageerhebung am Landgericht Landshut durchgeführt worden gegen die maßgeblich Verantwortlichen. Unsere Kanzlei vertritt hier mehrere hundert Anleger und wir werden demnächst natürlich auch Akteneinsicht bekommen und aus diesen Ermittlungsergebnissen die richtigen Folgen für die Geldentmachung zivilrechtlicher Ansprüche ableiten. Jetzt wollte ich gerne nochmal über die Raten sprechen. Die Anleger wurden von der Kanzlei voraufgefordert, die ausstehenden Raten noch auf einen Schlag zu bezahlen. Und da ist natürlich die Frage, soll man der Aufforderung Folge leisten? Muss man das? Nein, unserer Rechtserfassung nach nicht. Und die Verhandlungsergebnisse bestätigen uns, es ist aus unserer Sicht die Rechtslage nicht so eindeutig, wie sie scheint. Wir haben in der Zwischenzeit viele dramatische Gespräche führen müssen. Stellen Sie sich mal vor, es werden die Mitglieder einer ganzen Familie mit Nachforderungen von 80.000 Euro behelligt, nachdem Mutter und Vater selbst gezeichnet hatten und auch noch für die Kinder. Hier muss natürlich genau in den jeweiligen Gesellschaftsvertrag hineingeschaut werden, was dieser Gesellschaftsvertrag festlegt und bestimmt für die Phase der Liquidation. Kanzlei vorbetont natürlich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, aber hier muss man auch anmerken, dass diese Fälle noch nicht beim Bundesgerichtshof gelandet sind. Das heißt, es gibt noch keine gefestigte Rechtsprechung und wir raten daher, unsere Mandanten sich schnellstmöglichst auf den billigsten Wege zu einigen. Den Anlegern wurde ja auch angeboten, gegen eine Zahlung von 80 Prozent des gezeichneten Kapitals aus der Gesellschaft auszuscheiden. Ist das ein gutes Angebot? Soll man das annehmen? Also wer hier die Nerven behalten hat, ist sicherlich gut gefahren mit uns. Wir haben da weitaus kleinere Beträge aushandeln können. Ja, Frage, was können die geschädigten Anleger jetzt tun? Wir betreuen die Anleger jetzt schon seit 2016 und mussten natürlich beobachten, dass auch viele Beratungssachverhalte recht mangelhaft sind. Wir haben natürlich die Anlageberater in Haftung genommen, sofern sie überhaupt noch die entsprechende Bonität besaßen. Wir konnten allerdings auch feststellen, dass viele Anlageberater schlichtweg pleite sind, deswegen sich entsprechende Vermittlerhaftungsprozesse erübrigt hatten. Wir hoffen nun durch Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft Landshut entsprechende Sachverhalte feststellen zu können, die dann auch eine deliktische Anspruchnahme bislang unbekannter Gegner zulassen und dem einen oder anderen Anleger dann doch noch zur Schadenskompensation verhelfen. Und genau das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Wer kommt denn als Gegner für Schadensersatz überhaupt in Frage? Politätsgeprüfte Anlagevermittler und Berater, wenn die Anlageberatung nicht Anleger und Anlage gerecht war. Und natürlich auch eine Mittelverwendungskontrolleurin, wenn die Verwendung der Mittel nicht so stattgefunden hat, wie es die Prospekte vorsahen. Aber weitere Ergebnisse werden wir sicherlich den Ermittlungsakten entnehmen können. Geben sie uns noch sechs Wochen Zeit, dann wissen wir mehr und können dann auch unseren Anlegern und Mandanten berichten und werden dann auch die entsprechenden Empfehlungen abgeben. Vielen Dank. Gerne.